Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Es ist noch ein sehr früh morgen, es ist jetzt 4.15 Uhr. Am 5 Uhr werden wir in den Stall. Also am 4 Uhr war ich schon nach Hause und habe im Duellen ein bisschen drauf getan. Und wie es auch so früh, wir müssen am 7 Uhr schon im Solothurn sein für einen Green Jump. Also dann beginnt die Prüfung an. Das heisst, ab 1.30 Uhr sollte man dort sein für die Parkübersichtigung. Und wir fahren etwa eine Stunde dorthin, das heisst für viele Stall. Und wie gesagt, heute werden wir den Green Jump starten. Und das ist jetzt wirklich sehr lange her, das letzte Green Jump, wo alle anderen wegen Corona leider abgesagt wurden. Und ich freue mich sehr, weil wir im Green Jump eigentlich immer gut waren. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht gerade die Wartungen sprengen. Deswegen ist mein Ziel E-Klassierung. Und ich glaube, das sollten wir schon erreichen, wenn nicht gerade alles vollkommen falsch läuft. Aber das werden wir ja nicht sehen. Wie ihr seht, ich bin nicht im weissen Hemdchen. Weil Green Jump ist ja jetzt zu denen erlaubt. Also habe ich mir jetzt zu jeder Schwabratke so ein Oberteil gekauft, das alles schön passend zueinander ist. Und der Fömmel Mauer mit dem Video. 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 Und die Prümmel Gri Click- changes. Und das war ja nicht ein Jahr ... Und das war ja nicht. Und ich habe ja nicht mal ein Jahr im Landauk. Echt Bon mass Name. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020